Hey Leute, wir haben ein Update zu unserem CSGO-Team. Und zwar geht es um Nils Lacker. Die Probezeit von ihm ist jetzt rum. Zwei Monate hatten wir, Februar und März, wo wir alle zusammen Gas gegeben haben und versucht haben, vor allem an ihm zu arbeiten. Und weil wir halt eben zwei große Turniere hatten, für die wir uns vorbereitet haben. Er hat wirklich einen guten Job getan. Er hat natürlich sehr viel nachholen müssen mit seinen 3.000 Stunden. Dafür hat er wirklich einen super Job geleistet, auch an den Siegen verantwortlich natürlich in China. Also wir denken einfach, dass wir einfach vom Spielzeile der AWP einen anderen Spieler gebraucht haben. Es war eine Entscheidung vom Team. Wir haben wirklich daran gearbeitet und wirklich alles gegeben. Leider waren wir mit unserem Ergebnis doch nicht im Endeffekt ganz zufrieden und schauen jetzt nach weiteren Optionen. Für die nächsten Pro-League-Playoffs-Spiele werde ich zum Einsatz kommen. Werde auch die AWP übernehmen im Team mit Balance, mit mir und Jarosz. Großes Dank nochmal an alle BIG-Supporter, die uns tatkräftig unterstützen. Wir werden für die Pro-League-Playoffs alles geben und uns danach um unseren fünften Spieler kümmern. Das ist auch eine Sache. Bis zum nächsten Mal.